Hätten vielleicht ein, zwei Tore mehr machen können, aber man kann auch mit 4 Tonnen zufrieden sein. Dieser Konter von St. Pauli, Serlotte Conté allein auf Walter Flur und dann technisch ganz, ganz hochwertig. Der Korte von St. Pauli, Serlotte Conté. Der Korte von St. Pauli, Serlotte Conté. St. Pauli! Jaaa! 1, 2, 1, 2 ... 1, 2 ... Keine Minute später, St. Pauli kontert über Sir Lord Conté, der ist schnell, der hat das Auge für Ernesto Matteo Kaisleff und schon steht es 1 zu 2. 2. 2. 1. 4. 3. 5. 52. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. Was soll ich sagen, Ziel war es, zehn Tore zu machen, neun sind es geworden, ich bin mega froh, dass wir das noch gedreht haben, wir haben super gekämpft in der zweiten Halbzeit, wir wissen, was wir können, wir haben was versprochen, wir wollten die anderen 50 Punkte, jetzt haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen und ja, umso glücklicher bin ich, dass ich das entscheidende Tor gemacht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.